Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel und heute für euch die große Tafel auf dem Magic Energy Violet Board, das große Single Orakel. Ihr dürftet voten, ihr habt abgestimmt und ich habe mich entschieden in der Community zwei Videos zu drehen, eigentlich hätte ja nur das Video gewonnen mit den meisten Stimmen, das Thema mit den meisten Stimmen, aber ich habe mir gedacht, für eure Treue, für euer Mitwirken, für eure Wertschätzung, für eure Begleitung schenke ich euch zwei Videos. Ganz ganz viele wollten das Single Orakel, heute ist es da, endlich ein Single Orakel, eine Rarität in meinem Kanal unter den vielen hundert Videos, aber heute bekommst du, du liebe Seele, die du es dir gewünscht hast, hier dein Single Orakel und ich habe natürlich für euch eine Energy Voices Botschaft gezogen, ich habe für euch ein Amos Pfeil und ich habe für euch eine Weisheitskarte Herzen Fühlen gezogen. Wenn du die Energy Voices Cards zu dir nach Hause holen möchtest oder die Weisheitskarten Herzen Fühlen 42 Weisheitskarten in der Box mit Begleitbuch oder die Energy Voices, kannst du sie natürlich direkt bei mir per WhatsApp bestellen. Die Nummer findest du unter diesem Video oder du schaust einfach mal in meinem Shop nach, wenn du das möchtest. Da findest du ganz viele weitere Orakels Sets und als kleines Geschenk obendrauf bekommst du für deine nächste Buchung bei mir den Eintrag in mein Mondbuch völlig kostenlos. Das bedeutet, du nimmst beim nächsten Mondritual teil mit Blockadenlösung, wenn du dabei sein möchtest, zu deiner nächsten Buchung bis Ende Februar kommst du hier noch gratis in mein Mondbuch hinein. Lasst uns also schauen, ihr seid bestimmt schon alle gespannt. Ich bedanke mich natürlich wieder ganz herzlich für eure vielen, vielen Likes, Views, eure lieben, lieben, vielen Kommentare, dass ihr mich so sehr begleitet und wirklich täglich meine Videos schaut. Und jetzt bist du da, du bist ein Single, vielleicht auch schon länger und du wünschst dir einfach nur einen Partner, einen liebevollen Partner an deiner Seite und du wünschst dir anzukommen. Schau mal, das bist du, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, das bist du und jetzt schau mal, wo du drauf liegst. Du liegst auf dem Ring. Mit dem Magic Energy Violet Board kannst du hier also über die Haus- und Seelenplätze ganz toll deuten und du siehst, du liegst auf dem Hausplatz des Rings. Du wünschst dir also wirklich eine Beziehung. Du wünschst dir hier wirklich sogar mehr. Der Vertrag steht ja auch für die Ehe, für den Ehevertrag. Du wünschst dir Partnerschaft, Beziehung und das ist auch ganz, ganz tief in dir verwurzelt. Das wünschst du dir. Und der Ring, der liegt auf dem Hausplatz der Lilie. Das bedeutet, du wünschst dir Harmonie, Familie. Du wünschst dir Magie, schöne Gespräche. Du sehnst dich also hier wirklich auch nach Körperlichkeit, nach körperlicher Nähe. Du wünschst dir hier einfach einen Kuschelbär. Und wenn du ein Mann bist, dann wünschst du dir natürlich eine Prinzessin. Die Lilie liegt auf dem Hausplatz des Baums. Du wünschst dir also ein Wohlbefinden für immer. Du wünschst dir etwas langfristiges. Du wünschst dir eine stabile Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die gesund ist und die ein Fundament hat, die Wurzeln trägt. Und du wünschst dir einfach vielleicht sogar eine Partnerschaft fürs Leben. Also du möchtest hier wirklich den Bund fürs Leben eingehen. Und jetzt schau mal, wo der Baum drauf liegt. Der liegt tatsächlich auf dem Hausplatz des Kreuzes. Und das bedeutet, das ist wirklich deine karmische Lern- und Lebensaufgabe. Es geht hier um deine Seele, um dein Karma. Das ist jetzt also Thema. Und dein Schicksalskreuz liegt hier auf dem Hausplatz der Klarheit. Also du wünschst dir wirklich Klarheit, dass endlich Klarheit hereinkommt, dass Erfolg hereinkommt und dass sich alles sozusagen zum Guten wendet. Und hier liegt dein Gegenüber. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das ist dein Gegenüber. Egal, ob dein Gegenüber Mann oder Frau ist, das ist dein Gegenüber. Im Moment liegt dein Gegenüber hier noch in der abwartenden Haltung, im inneren Rückzug. Er hat Angst vor falschen Aktionen. Er hat Angst, das Falsche zu sagen. Also das ist ein ganz sensibler Mensch. Du siehst, er ist auch sehr spirituell. Und wenn ich er sage, dann meine ich dein Gegenüber. Also das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Dein Gegenüber ist also sehr spirituell, sehr feinfühlig, sehr sensibel. Könnte sogar hier auch sportlich sein. Ein aktiver Mensch, der sich auch gerne bewegt. Es könnte auch tatsächlich ein Mensch sein, der reitet oder mit Pferden etwas zu tun hat. Du siehst, auch dein Gegenüber wünscht sich hier eine Beziehung und fühlt sich völlig blockiert und leidet unter diesem Single-Dasein. Der Ring mit dem Sarg, das ist ja die Single-Kartenkombination. Und wenn du sagst, ich deute mir auch gerne selbst die Karten zu Hause und du brauchst noch ein Begleitheft, ein Begleitbuch, dann kannst du dir natürlich mein Kartenlege-Lerne-Buch zu dir nach Hause holen. Da bekommst du ganz viele Tipps, auch nochmal zu den Kartenkombinationen. Wie erkenne ich Personenkarten? Wie erkenne ich Zeitkarten? Wie arbeite ich themenzentriert? Denn hier siehst du auch, um den Ring, um die Beziehung liegt im Moment völlige Stagnation und Blockade und das Schweigen und die Sehnsucht. Und hier auch noch im Frühjahr, Februar, März, April liegt es also noch in der Stagnation. Und dieses Buch bekommst du zusammen mit einem kleinen Bonusheft. Und dieses Buch kannst du dann wirklich zum Deuten verwenden. Es ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Und jetzt werden wir die Energy Voices Botschaft aufdecken. Und es ist ein Spiegelpartner. Also wir gucken, ob da noch ein anderer Partner kommt oder nur der eine. Aber hier kommt die Seelenbotschaft und die sagt dir, du spiegelst mich wie niemand anders. Also das wird ein Spiegelpartner sein, ein karmischer Partner, denn wir hatten ja auch schon hier, die Verbindung lag auf dem karmischen Kreuz. Also das wird ein Seelenpartner sein. Jetzt habe ich es erkannt. Sogleich sind wir und doch wirkt es fremd. Weil du es vielleicht noch nie erfahren hast, weil du mir meine Wunden zeigst. Dabei habe ich sie schon fast vergessen, aber ich bin dankbar für diese Begegnung, denn du? Denn du, du zeigst mir, wer ich wirklich bin. Ich werde dich ewig lieben. Und ich zeige euch jetzt die Amos Pfeilbotschaft. Und da kommt auch noch, ich liebe dich. Also ganz live gemischt vor dem Videodreh. Ein Single-Orakel und es kommt wirklich, ich werde dich ewig lieben, ich liebe dich. Du spiegelst mich. Ein Seelenpartner ist also hier auf dem Weg zu dir. Sei dir dessen bewusst. Du liegst hier absolut im Beziehungswunsch. Kummer und Sorge, Mühseligkeiten liegen vor dir. Viele Ängste hinter dir. Du hast ganz viel an dir gearbeitet. Kummer und Sorge geht hier aber raus. Also du siehst, die Sense schneidet die Belastung raus. Auch die Belastung wird rausgehen. Februar, März, April könnte noch ein bisschen zäh sein. Verlass dich aber nicht so ganz auf die Zeitkarten. Es sind nur Wegweiser und Hinweise. Also Februar, März, April im Frühling liegt so ein bisschen das Zehe noch dabei. Aber du siehst auch, zwischen kalter Jahreszeit und Frühjahr beginnt hier schon dann der Neubeginn. Also du kannst dir vorstellen, das Alte geht und das Neue kommt. Und hier liegt dann noch tatsächlich ein zweiter Mensch drin. Mann oder Frau, bitte drehe es dir so, wie du es für dich brauchst. Und dieser Mensch liegt direkt vor dir. Und dieser Mensch liegt hier absolut in der Liebe und absolut in der Magie. Und jetzt ist es wichtig, dass du schaust, was willst du. Du hast hier deine schicksalshafte Lernaufgabe. Du wirst also zwei Menschen begegnen. Und jetzt geht es darum, ob du deine Aufgabe löst, deine karmische Aufgabe. Und das wird mit diesem Spiegelpartner zu tun haben. Entscheidest du dich also für diesen Spiegelpartner, löst du die Aufgabe mit ihm und gehst dann sozusagen mit dem Bären weiter? Oder zieht der Bär an dir vorüber und du bleibst hier in diesem Karma-Prozess stecken? Das sind also die Varianten. Und du wirst nochmal einem Partner begegnen, der Lernaufgaben mit sich bringt, damit du in die Loslösung gehen kannst. Und wir haben ja noch die Weisheitskarte gezogen, Herzen fühlen. Und hier kommt die Wahrhaftigkeit. Und die Wahrhaftigkeit, die sagt dir, lass deine Masken fallen und lebe in jedem Moment deine wahre Bestimmung. Also jetzt geht es wirklich darum, wenn du deinem Seelenpartner begegnest und dem Bärenmann, ich nenne ihn jetzt einfach so, Das kann auch die Bärin sein, weil der Bär ist einfach eine starke Persönlichkeit, kann manchmal auch ein bisschen dominant sein, ist meist dunkelhaarig, muss aber nicht stimmen, kann aber auch vom Körperbau eher als Mann zum Beispiel ein bisschen stabiler oder fester sein. Einfach ein Kuschelbär eben. Und jetzt geht es darum, dass du dich also nicht verstellst. Lass also bitte, bitte, bitte deine Masken fallen. Denn es geht hier wirklich darum, zu erkennen, wer du wirklich bist und auch, dass du dein wahres Gesicht zeigst. Lass also deine Masken fallen und lebe in jedem Moment deine wahre Bestimmung. Denn nur, wenn du die Wahrheit aussprichst, kann Liebe wachsen. Sei also ehrlich zu dir und zu deinem Gegenüber. Wenn du also hier diesem Herzensmenschen begegnest, zum Beispiel deinem üblichen Beuteschema und du merkst von Anfang an, da ist irgend so ein komischer Druck in deiner Bauchgegend, dann denk an dieses Bild. Denk an deine karmische Aufgabe. Denk daran, ob du dich wirklich nochmal diesem Menschen öffnen willst oder eben auf den Bären wartest, der vielleicht nicht genau deinem Beuteschema entspricht. Erstmal, ja, weil du musst unter die Oberfläche schauen, wie beim Eisberg. Sei also ehrlich zu dir, sprich die Wahrheit aus, damit die Liebe wachsen kann. Wahrheit ist die Grundlage jeder Liebesbeziehung. Denke also daran. Denn dieser Mensch sagt dir ja, ich liebe dich. Also sei ehrlich zu dir selber. Sei ganz aufrichtig und ehrlich zu dir selber. Es ist egal, ob es um die Liebe für dich selbst geht oder die Liebe zu einer anderen Person. Wahrhaftigkeit bedeutet auch, zu deinen Gefühlen zu stehen, aber auch zu deinen Wünschen und zu deinen Ängsten. Denn hier hast du ganz klar ja noch die Ängste drin liegen. Und es liegt viel im Verborgenen und da ist noch viel im Unklaren und im Geheimen. Aber jetzt möchte ja dieses Orakel dir ganz klar sagen, geh in die Wahrhaftigkeit. Stell dich deinen Ängsten. Sprich es aus. Mach dich unabhängig von der Meinung anderer. Vertrete deine Ansichten und gehe deinen eigenen Weg. Steh dazu. Steh zu dir. Denk daran. Er spiegelt dich wie niemand anders. Es ist also wichtig, dass du jetzt wahrhaftig bist und wahrhaftig wirst und deinen Weg gehst. Vielleicht bist du schon länger ein Single und weißt nicht warum. Und darum geht es jetzt. Es liegt die Verankerung im Hauptthema. Die Klarheit der Erfolg innerhalb der nächsten 16 Wochen liegt der Neubeginn in der Liebe, wenn du dir treu bist. Hier oben siehst du schon die Untreue und daneben liegt gleich die Treue und dein inneres Kind und die Eigenliebe. Also wenn du jetzt dieses Jahr es schaffst, wirklich in deine Treue zu finden, dann wirst du diesen wahrhaftigen Partner finden. Steh zu all deinen Macken und nimm auch deine Schattenseiten an. Sie machen dich zu diesem individuellen und liebenswerten Menschen. Wenn du authentisch bist, dann wird dein Handeln nicht mehr von äußeren Einflüssen gelenkt. Treffe also Entscheidungen nur für dich selbst. Sei ehrlich zu dir und lebe für dich und achte darauf, dass deine Taten, deine Taten, dich glücklich machen. Sei also wahrhaftig. Und diese Weisheitskarten kannst du wunderbar auch als Tagesbotschaft ziehen. Und wenn du sie gerne bei dir hättest, dann kannst du einfach eine WhatsApp schreiben oder direkt unten auf den Link klicken und du kommst direkt auf meine Seite, weil ich immer wieder so viele Anfragen bekomme. Wo bekomme ich deine Karten her? Wo bekomme ich die Weisheitskarten her? Wo bekomme ich die anderen Orakelkarten her, die ich euch auch noch vorstellen werde in den nächsten Videos? Seid gespannt. Es wird richtig toll. Also wir werden alle Sinne sprechen lassen. Es wird richtig gigantisch. Aber hier geht es jetzt wirklich um dich, dass du diese weise Seele erkennst, diese weise Eule in dir und dass du wirklich sagst, ja, ich stehe jetzt zu mir. Ich bin authentisch. Ich gehe in die Eigenliebe. Ich habe so viel an mir gearbeitet, an meinem Mutterthema, an meinem Vaterthema, an meinen Ängsten. Ich habe so viel Liebeskummer gehabt. Ich hatte so viel Eifersuchtsthemen hier. Schau mal, da kommt sogar hier der Umzug im Bild und der Neubeginn. Also es könnte sogar sein, wenn du den Wunsch hast, umzuziehen, dass du tatsächlich dann auch noch bis in die kalte Jahreszeit umziehen wirst. Also vielleicht sogar mit ihm zusammenziehen wirst. Das liegt ja hier zu 100 Prozent schon drin. Wenn du dieses Jahr jetzt deine karmische Aufgabe löst, dann wirst du hier ganz klar sogar, wenn du es natürlich möchtest, hier einen Umzug haben, eine räumliche Veränderung. Vielleicht wünschst du dir auch schon lange, dass du dich räumlich veränderst. Vielleicht magst du deine Wohnung gar nicht mehr. Schau also, dass deine Taten authentisch sind. Sei dir treu. Lausche deinem inneren Kind. Bleibe weise. Bleibe achtsam. Gehe in den Rückzug. Wenn du denkst, es ist nichts, also wenn hier dieser Erste eben nicht genau dem entspricht und deinem Gefühl vollkommen Ja sagt, dann lass es, dann löse endlich dieses karmische Thema hier und gehe 100 Prozent in die Eigenliebe. Sei dir sicher, dass da noch ein anderer kommt. Du musst also keine Angst haben, dass du alleine bleibst. Das sehe ich überhaupt gar nicht. Ich sehe nur jetzt im Frühjahr noch die Blockade. Und danach kommt der Wandel, wenn du in die Treue gehst und dann werden sich auch deine Unsicherheiten auflösen. Ja, mein Räucherstäbchen ist jetzt ausgebrannt. Es duftet hier ganz lecker und schön und ich habe es extra für euch angezündet, damit wir so ein bisschen in so ein kleines Liebeszauberritual eintauchen. Und deshalb habe ich auch extra wieder die schönen Herzchen hingelegt, die Bergkristallherzen, um für euch eine schöne Stimmung zu erschaffen. Denk also daran, die Energy Voices Botschaft sagt es dir, er wird dich spiegeln, schau da hin, sei wahrhaftig, hör wirklich hier auf dein Bauchgefühl, geh tief in dich hinein. Sei lieb zu dir und liebevoll zu dir, liebe dich und er wird dich lieben. Wunderschöne Farben wieder. Und ich hoffe für euch auch ein wunderschönes Orakel. Lasst mir unbedingt ein Feedback da, was passiert ist, ob ihr jemand begegnet seid und wie es weitergeht. Und ich wünsche euch von Herzen eine wundervolle Zeit, bis wir uns wiedersehen. Ich sende euch ganz, ganz liebe Herzensgrüße. Abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr mit mir. Sei achtsam und liebevoll mit dir. Von Herzen, deine Claudia. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.